Wir kommen zu Punkt 20, Anfrage der Abgeordneten Knoll Klotz und Landeshauptmann Durmwalder. Was passiert mit deutschsprachigen Anzeigen bei der Polizei? Bitte, Abgeordneter Knoll. Einem Bürger, der bei der Polizei eine Anzeige in deutscher Muttersprache machen wollte, wurde mitgeteilt, dass die deutschsprachige Anzeige nicht den gleichen Wert habe, wie eine italienischsprachige Anzeige, da diese von der Polizei nur in Südtirol verwendet wird. Auch bei der Anzeige über das Internet sei dies der Fall, da diese zwar dann über die Homepage der Polizei in deutscher Sprache getätigt werden kann, jedoch von den Polizeikräften in Italien nicht behandelt wird, da ihnen keine Übersetzung von Seiten der Polizei zur Verfügung gestellt wird. Stimmt es, dass deutschsprachige Anzeigen von der Polizei nur von den Beamten in Südtirol bearbeitet werden? Wird damit nicht das Recht auf den gleichberechtigten Gebrauch der deutschen Muttersprache ad absurdum geführt, wenn feststeht, dass in der Praxis nur italienischsprachige Anzeigen bearbeitet werden? Und drittens, welche Maßnahmen erwägt die Landesregierung, um sicherzustellen, dass Anzeigen, die in deutscher Muttersprache bei der Polizei gemacht werden, auch außerhalb Südtirols von der Polizei weiter bearbeitet werden? Herr Landeshauptmann, bitte. Sehr verehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Ich habe aufgrund dieser Anfrage den zuständigen Quaestor Dr. Leonardo Lavinia ersucht, mir eine entsprechende Antwort zu erteilen, was er auch getan hat, wenn Sie wollen, liegt es auch bei. Und er hat mir Folgendes gesagt. Erst einmal ist es selbstverständlich, dass in Südtirol und in der Region die deutsche Sprache in allen öffentlichen Ämtern der italienischen gleichgestellt wird. Aber es ist nicht so, dass dies für ganz Italien gilt. Denn es ist nicht so, dass Italien an Südtirol angegliedert worden ist, sondern Südtirol an Italien. Und deswegen haben wir das Recht, dass wir in Südtirol die deutsche Sprache verwenden können, und zwar gleichwertig der italienischen, auch bei der Polizei, auch bei Gericht, wenn wir wollen. Und diese Rechte werden auch garantiert. Wenn aber jetzt eine Anzeige in deutscher Sprache erfolgt, die wird ja ins Internet hineingegeben, in ganz Italien. Und da hat Ihr Kollege Dr. Lang anscheinend die Auskunft, so wie er schreibt, schlecht verstanden. Das heißt, die Anfrage wird in deutscher Sprache hineingegeben, so wie sie eingelangt ist. Denn es ist nicht so, dass jemand dann diese übersetzen muss, wenn sie in Sizilien oder irgendwo aufscheint im Internet, sondern sie wird, was das Südtirol anbelangt, wird sie so hineingegeben. Und alle öffentlichen Körperschaften müssen ja der deutschen Sprache mächtig sein. Wenn es hervorkommt, dass jemand mit dieser Anzeige irgendeine Frage hat, so sagt er, kann jederzeit mit Bozen Rückfrage gehalten werden, wie es auch bereits vorgekommen ist. Und dann werden entsprechende Auskünfte in der jeweiligen Sprache gegeben. Aber es stimmt nicht, dass eben nur die deutschen oder nur die italienischen Anzeigen hineingegeben werden, sondern alle, so wie sie eingereicht werden. Und jede wird leicht behandelt. Natürlich, das Recht auf Gebrauch unserer Muttersprache haben wir nur innerhalb der Region, in gewissen Bereichen und in Südtirol natürlich bei allen öffentlichen Stellen. Herr Abgeordneter Knoll, bitte. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, was Sie mir eigentlich geantwortet haben. Sie haben mir einmal widersprochen, um mir dann wieder Recht zu geben. Konkret ist das Problem, dass wenn ich diese Anzeige, nehmen wir an, Ihnen wird Ihre Brieftasche gestohlen und Sie können dann die Anzeige machen, indem Sie entweder direkt zur Polizei gehen oder Sie können eine Anzeige übers Internet machen, auf der Homepage. Wenn Sie das aber nur in deutscher Sprache machen, dann können Sie das in Südtirol, ist überhaupt kein Problem. Nur wird diese Anzeige dann nur in Südtirol weiterverfolgt. Wenn Sie diese Anzeige in italienischer Sprache machen, dann wird diese Anzeige in ganz Italien weiterverfolgt. Der deutsche Text in ganz Italien. Ja schon, aber den versteht in Italien kein Mensch. Das ist ja der springende Punkt, dass quasi von Seiten der Polizei... Das ist der springende Punkt, dass von Seiten der Polizei diese Anzeigen nicht in Übersetzung weitergeleitet werden. Und Landeshauptmann-Durnwahl, ich meine, so viel Hausverstand haben Sie schon, dass eine Anzeige nichts bringt, wenn sie nur von den Beamten in Südtirol behandelt wird. Und dem Bürger wurde gesagt, die Anzeige in deutscher Sprache ist nicht gleichwertig, wie wenn du sie in italienischer Sprache aufgibst. Denn wenn du sie in italienisch abgibst, dann wird diese Anzeige in ganz Italien verfolgt. Gibst du sie nur in deutscher Sprache ab, wird sie nur in Südtirol verfolgt. Und das... Ja gut, aber das sagt uns der Hausverstand, Landeshauptmann-Durnwahl, da brauchen wir nicht um das Kaisersbad reden. Wenn irgendwo eine Anzeige in Italien landet und der Beamte nicht zufällig Deutsch kann, dann wird diese Anzeige nicht behandelt werden können. Und das ist ja das Problem. Nein, aber das ist ja ganz einfach zu lösen. Warum kann die Polizei nicht diese Anzeigen übersetzen? Weil das die Aufgabe der Polizei ist, Anzeigen nachzugehen. Weil die Polizei... Nein, Herr Durnwahl, hier reden Sie sich auf etwas aus. Das Recht auf Gebrauch der deutschen Muttersprache muss nicht nur gewährleistet sein, sondern das muss auch in seiner Konsequenz gleichberechtigt sein. Und hier ist eine Ungleichbehandlung, wenn die deutsche Sprache nur in Südtirol verfolgt wird und die italienische Sprache in ganz Italien geahndet wird. Das sagt doch der Hausverstand, dass im Grunde genommen der Sinn einer Anzeige der ist, dass die Polizeikräfte überall... Eine Brieftasche, die gestohlen wird, ist eine Kleinigkeit, aber es kann ja mehr auch sein. Es kann ein Gewaltverbrechen oder was auch immer sein, dass ich zur Anzeige bringe, das muss doch der Hausverstand sagen, dass ich dann als Bürger das Recht habe, dass im ganzen Staatsgebiet im Grunde genommen diese Anzeige beachtet wird und nicht, dass mir gesagt wird, wenn du willst, dass das verfolgt wird, dann gibt es halt die italienische Sprache ab. Das ist wieder ein klassischer Fall, wo im Grunde genommen dieses Recht auf gebrauchte Muttersprache ad absurdum geführt wird. Denn wenn eine Anzeige nur in Südtirol behandelt wird und nicht in Italien, dann braucht er sie nicht abgeben.